Bei mir! Bei mir! Direkt vor deiner Tür hat er durchgeschossen! Hier! Hier! Naja, ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß ja nicht, wo er ist, aber... Nein! Hey! Wie es kommt hier? Boah! Was ist zum Weg? Hey Mann, von links kann es geholt werden. Da kommt ein Montagne auf den Gang schon. Die sind echt zu duft, die Cam zu benutzen ist. Fuck, ich bin down. Du wirst gedrohnt, Chris. Die Drohne habe ich noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich wohne gerade um die Ecke. Ich sehe es noch nicht mehr. Ich sehe es noch nicht mehr. Irgendwo wird gefused, direkt. Oh, holy. Holy. In der Haupthalle oben auf dem... ...auf dem... ...auf dem... ...auf diesem... ...Volkon... Ja, der Drohne ist mir noch nicht, Chris. Da ist noch einer, ne? Pass auf. Er kommt zur Hilfe. Der andere. Ja, ich... Ja, ich will den... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Ist ja in dem Raum hinter dir drin. Ist ja in dem Raum hinter dir drin. Also, das ist ein Direktor. Ja. Montagne? Nice. Schön. Schön, Clema. Ich wollte jetzt nur die Info geben, dass da noch einer kommt. Ja, ja, ja. Ich... 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 Ich war grad ein bisschen unter Stress. Ja, okay. Ich hab halt auch einfach nichts mehr gesagt, ne? Ist auch besser so, Mann, schon. Einer muss von hinten aufpassen. Hier links sind zwei. Ja, geh nach rechts kurz. Geh nach rechts. Mach nur den Überblick nach rechts. Was? Shit. Äh... 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 Ssssss... Ssss... I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Yeah, when a girl walks in with an itty bitty waste and a round thing in your face, you get sprung. Hat noch einer, zufällig. Da ist noch einer. Bei dir Kontakt, Michi? Äh, bei mir! Ich fahre. Ich fahre immer. Ja, ich mein, die Lassifflussfalle direkt hier hinter dem... Also im Startagrad hier liegt. Da ist noch schon eins. Ähm... Ja, gut. Ah... Good Job. Nicht da, wo ich meine. Ich fahre so. Hier, die hier. Nein, da habe ich auch schon. Warte. Ja, die liegt ein bisschen daneben. Nein, passt. Die liegt daneben. Dass, wenn die in den Raum kommen, dann laufen die vielleicht nach links weg. Um über sich zu bekommen. Und deswegen... Weil hier vermuten die die eh, weil... Es gibt Leute, die springen rüber und schießen direkt. Ja. Ah... Keine Ahnung. Ich bin neun First, ich hab... Dann ist ja okay. Also wenn du noch dazu machen willst, ich weiß nicht, ob du es schaffst, Mario, aber... Ja, ich brauche jemanden, der... Wollt der Lacken? Ich hab recht. Ja, egal. Lass es. Ist da jemand, wo gerade markiert wurde? Gerade eben nicht, ne. Michi, kannst du drohen? Ich hab die Cam dort. Zeh doch nichts. Oh Gott. Achtung, futz, futz, futz! Ich hab zwei verletzt. Scheiß drauf. Good job. Nice. Er kann noch einmal, oder? Ich hab beide verletzt. Er kann noch einmal, ja. Er kann noch einmal, ja. Nee, ich hab mir keinen Ace. Michi hat mir das Ace geklappt. Oh, sorry. Sehr schön. Ach maaaannn. Sorry für das Ace, Kau. Ja, ist... Kann ich gerade noch so. Guck mal, geht der um die Ecke und... Toll. Ach, du hast beide mit derselben eben rumgebracht. Ja, ja. Ich hab beide mit derselben, weil sie waren beide verletzt. Ich dachte schon, hast du drei, hä? Nee, 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 nee. Lass aber das mit zaubern, glaube ich. Er schreibt mich immer einer runter, mäh. Alter, Tachanka war... Alter, Tachanka war... Alter, das... Ich bin gerade rausgedoppt. Ich hab's nicht gesehen. Wie dumm war der Tachanka denn? Wir werden uns... Äh... Von hinten wahrscheinlich immer noch. Du bist auch, du hast Dreh verloren. Pssst. Lass ihn, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Links, guck links, Michi. Guck weiter, links. Links, guck Michi. Ja, mach dir eh nix. Du kriegst ihn dadurch nicht. Guck weiter links. Guck weiter links, Michi. Ja, guckt da auch jemand auf Schiff? Ja. Oder, nee, nee. Aber trotzdem, guck weiter links. Ja, ich dachte Leon, guck der hin. Gut, weißt du... Du lässt ihn jetzt hin... Achso, jetzt ist er zu übernehmen, okay. Hast du dir einfach schon wieder was zu essen gemacht? Aber hast du überhaupt noch was im Haus? Wir haben mit noch alle fünf. Ich glaube eine schon. Nehmens du viels was. Nehmens du viels was. Du hast Nutella? Was ist das? Was? Welches? Welches? Das billige. Ah, das ist trotzdem extrem widerlich. Ach, das billige aus der Toilette? Wenn du morgen aufs Reifen gehst? Wir bauen hier noch ne Wand, Leute. Wenn da einer noch ne Wand fällt, keine mehr. Hab keine mehr. Nehmens du jetzt die Nusslefurt-Creme ist ekelhaft oder so, wie ich das esse mit der Nusslefurt-Creme. Da war ne Schockdrohne, Jungs, ne? Das wisst ihr. Das ist so viel Nutella, Alter. Ja, aber mit der billigen schmeckt das auch nicht. Mit der richtigen Nutella schmeckt das aber auch nicht. Alter, es ist mir scheißegal, wer mit der Nutella. Das muss ins Video machen, das ist so ein Live-Leads-Flay. Nutella-Strahl. Alter, ich schneide das nicht rein mit der Nutella. Man haltet ihr jetzt einfach die Klappe. Oh, ich wurde entdeckt. Oh nein. Oh Gott, da ist offen. Oh, da ist ja offen. Wo ist offen? Da ist die scheiße Wand offen. Ich weiß nicht, wo er offen ist. Da ist doch nicht offen. Da ist ne fette Wand offen, Digga. Bei mir ist die zu. Da ist, also da meine ich. Ach, die Wand. Ich konnte da grad nicht hingucken. Okay. Jedenfalls, Kinder. Nicht mehr als zwei Nutella-Brüchen, sonst tut der Bauch weh. Ich bin nur einmal gestorben. Hä? Ich schneid das nicht ins Video rein. Ach komm schon bitte. Ich weiß, meine Stimme ist nicht schön, aber sie reicht. Ja, ist doch so, wenn ich mich selbst im Mikrofon höre. Also, mit dem Mikrofon. Es ist nicht schön, aber es ist etwas... Es ist wenigstens meine Stimme, ne? Es ist... Ich hab was. Nicht so wie du. Du bist gar nicht in dich selbst verliebt, Hein. Nein. Okay. Es gibt noch ein Gingner. Welche Spritze? Boa, Sauerstoff. Welche Spritze? Heißt du, ich bin nicht zufrieden. lex, nein nicht zufrieden. Jetzt gib mir eine Spritze, man. Ich hab 28. Ihr seid echt dämlich, ne? Danke. Weißt du, da war keine Sau. Ich lauf vorbei. Oh, da schießt er auf mich. Da war grad einer kam. Da kam überhaupt keiner. Mach auf zu lügen. Ach, sein Bruder. Nein! Ich hab's doch gewusst. Ich seh das jetzt. Clemens, komm, bring mich um. Komm, führte mich. Clemens, du hast schon mehr Opfer gefordert als die Terroristen. Mach die Tür dazu. Was kannst du eigentlich? Ich werd gar nicht gefordert hier, Mensch. Ich hab eh gleich... Das kommt aber in das Video, oder? Nee, das ist nur Terrorist. Aber ich dachte schon, jetzt kommt's. Nein! Clemens, nein! Aus! Das war mein Loch. Das ist... Das ist so lustig mit... Boah, alle... Nein! Das war doch eh die letzte Runde. Nein! Boah, du bist so ein... Er hat alle drei umgebracht. Ey, so ein Clemens, ey. So ein Vollidiot! Also... Es fehlt nur noch... Es fehlt einfach nur noch die... Es fehlt einfach nur noch die... Er hat nur 13 AP für wie viele jetzt kommen? Ich weiß nicht. Es fehlt einfach nur noch die verdammte Geise. Die muss er da rumbringen. Töte dich jetzt einfach selber! Boah! Was ich da rein will eigentlich? Dann? Lockdown, alle! Führer? Ja! Okay, einer ist auf unserer Stufe schon. Okay, wahrscheinlich nicht. Aber... Hä? What? Achso! Achso! Die Barrikade ist zu, ne? Aber bei mir ist sie offen. Oh, das ist schön! Äh... Jetzt ist sie auf einmal da! Die jetzt da? Ja! Einer... Jetzt ist... Die Barrikade ist als ich draufgeschossen hab... Ist kurz erschienen. Ist schon drin. Sledger, Montane Stairs. Montanier. Ne, Sledger hat er gesagt. Ich hab Montanier verstanden. Ja, Montanier. Ich hab Gots D4. Ja, Montanier. Ich hab Gots D4. Ah, wow. Ja! Ja! Leute, hast du jetzt gemacht? What the fuck? Von oben, von Dropper aus. Also über, über die Treppe hab ich geschossen, die Dropper. Na, da geh ich jetzt nicht gucken. Das ist das Secret. Leute, nice. Nur noch einer. Schafft er. So, zwei ist ihn geläfft. Ach, klar, easy. Habe ich... Ach so. Easy winen. Was war das denn jetzt? Chris, wir beide neun, sieben, ne? Ja, gut. Ach, guck. Ich fall' oben, ne? Und zwei Sekunden später kommt die Anzeige. Ich hab' ihn getötet. Ja, so ähnlich war das bei dem einen Kill bei mir eben auch. Oh, wir haben ihn kaputt gemacht. Wieso geht er ständig kaputt? Und alles von uns ist runtergefallen, oder? Ja, ja. Ich hol' dich gerade. Cabernas verletzt. Es. I'm stupid, I'm sorry. Ah, der Typ gefällt mir. Wieso verlässt er das Spiel? Ich weiß nicht, aber ich würde gerne hindurch. Unten. Los! Oh. Da hab' ich jetzt grad nicht drauf geachtet. Den hättest du so leicht wegholen können. Der hat so lange gezögert. Ja, ich weiß. Aber ich hab' da ehrlich gesagt, gerade nicht drauf geachtet, Leute. Und der da. Einer ist im Erdgeschoss am links. Unter dir. In der Killcam runtergegangen, oder was? Ne, aber ich seh' ihn, Hagar, wie der in der Drohne ist. Der sonst geht noch nicht die Treppe hoch. Ich sagte ihm, wenn er die Treppe hochgeht. Er sieht dich von unten. Er geht jetzt die Treppe hoch. Geht jetzt die Treppe hoch. Kommt jetzt von hinten. Der Treppe, mute ist das. Nice, schön. ganz richtig, klar. Höher, höher. Yathe! Nicht geflasht werden! Nicht geflasht werden! Nicht geflasht! Legen! Geh runter! Ducken! Aus! Mach die Rolle! Nicht noch mal geflasht werden! Nicht dran! Ich will nämlich dieses Kommeln nach! Scheiße. Ich hab nur noch 100 AP, das ist erstaunlich hier dabei. Bäm, alle Feuer in die Büsse. Alter, du bist dreimal geflascht, warum bist du nicht tot? Es ist keiner mehr auf der Trefferkehörde. Von hinten jetzt tut oder wo? Weiß nicht, von hinten brauchst du dich nicht zu kümmern. Ja, ist von hinten. Drei Mal Full Flash. Oh Scheiße. Warum bist du nicht gestorben? Keine Kanne, was der gemacht hat. Holy Moly. Das Geist, da kam noch eine vierte Flash. Echt jetzt? Ja, ohne Scheiße, wie Flashes hatten die bitte? Da waren zwei Leute. Ich war durchgehend geflasht, Alter. Schöner war der Bullschirm, ja. Ja, ohne Scheiße. Durchgehend, Alter. Ausruampf kommt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.